Guten Morgen, ich habe hier ein Carthago Wohnmobil, etwa sechs Jahre alt. Und hier drin waren zwei Batterien, X-Site, und zwar zweimal 80 Ampere, 12 Volt. Und in diesem Wohnmobil ist ein Wechselrichter verbaut und der hat, wenn man den ersten Kaffee rausgelassen hat, schon ein bisschen Mühe. Die eine Batterie war hier unter diesem Sitz und hier ist der Fahrersitz jetzt noch nicht montiert. Und die eine Batterie war unter diesem Sitz montiert. Und jetzt haben wir sie ersetzt durch eine Liontron 100 AH Lithium Batterie. Also wir hatten vorher zweimal 80 Ampere, 160 Ampere. Und jetzt haben wir hier 100 Ampere Lithium. Man rechnet bei Lithium 100 mal 2,2 wären also ein Ersatz für 220 AH Bleibatterien. Die Lithium Batterie hier, die hat keine Sicherungshalterung unten, sondern wir haben die jetzt mit einer Spangurte hier unten gegen den Fahrersitz verschraubt. Die andere Alternative wäre hier eine Untersitzbatterie mit 200 AH, aber die hat nicht Platz, weil vorne dran der blaue Kasten die Laderegler sind. Ja, das ist das Wechseln hier von der Batterie. Zeitaufwand, Sitze wegschrauben und so weiter ist etwa drei Stunden pro Mann. Ja, ich wünsche euch beim nächsten Video hier eine andere Batterie, die 100 Ampere und hier die Untersitzbatterie. Und dann könnt ihr mir wieder mal ein Abo da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag.